Das ist wirklich... Wenn wir uns gleich herausfinden... Ja... Ja, das ist es. Das ist es. Jetzt gucken, ob wir jetzt stark genug sind, gegen den Tunele etwas auszurichten. Ich glaube, hier lang war ich nicht. Na, die Jahre ist wieder in die Luft. Luft. Genau, hier lang. Na, hier durch. Gucken wir mal. Ob wir jetzt irgendwie stark genug sind dafür. Auch wenn ich es noch nicht glaube, aber werden wir gleich rausfinden. Gegen den dicken Eim. Da hast du halt nur aus, der Typ. Ja. Ist halt nur umschlagen. in die Luft. Oh ja. Das ist gut genug. Aua. Genau. Und das war's, wo er dann richtig Damage gemacht hat. Gut. Das läuft sehr sehr gut. Stimmt. Umleichen. Psst. Gut. Gut. Gut.